Hallo liebe Brettspielfreunde, heute zeige ich euch das Spiel Bozianos aus dem Yellow Verlag im Vertrieb von Huch & Friends. Ein Spiel für 2-5 Spieler ab 8 Jahren mit einer Dauer von ca. 30 Minuten. Wie immer zeige ich euch als erstes, was findet ihr in der Spieleschachtel einen Inhalt, wie baut ihr dieses Spiel auf und wie funktionieren die Regeln. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Video zu Oceanos. In der Spieleschachtel findet ihr den folgenden Inhalt, eine Anleitung, dann gibt es für jeden Spieler hier ein bisschen Material, das ist zum einen sein U-Boot, hier diese Übersichtskarte, dann gibt es hier noch den Treibstoff und die Taucher, das gibt es eben für jeden Spieler, also fünf mal. Dann gibt es hier die verschiedenen Karten, mit denen man den Ozean dann legt, hier die Krakenmarker, ein kleiner Block, auf dem man die Punkte der einzelnen Runden notiert und hier noch ein Stoffsäckchen mit den Schätzen, die auch am Ende des Spiels dann nochmal eine Auswirkung haben. Ja, das ist er schon, der komplette Inhalt dieser Spiele-Schachtel und als nächstes zeige ich euch, wie ihr das Ganze jetzt aufbaut. Der Aufbau funktioniert jetzt wie folgt. Was wir erst in der Zwischenrunde oder ganz am Ende des Spiels brauchen, ist dieser Stoffsack mit diesen Schatzplättchen drin. Die könnt ihr hier reinschmeißen, gut durchmischen und könnt ihr momentan noch aus dem Spiel legen. Die brauchen wir erst ganz am Schluss bei der Schlusswertung. Diesen Block, den können wir auch dabei noch weglegen, den brauchen wir erst am Ende der ersten Runde. Da haben wir noch ein bisschen Zeit hin, auch den lege ich mal aus dem Blickfeld. Ja, jetzt gibt es hier diese Krakenmarker. Die gibt es in jeder Größe dreimal. Die legt man jetzt einfach mal auf den Tisch und nimmt sich dann von jeder Größe einen Marker und legt die ungesehen dann so zu einem kleinen Stapel aufeinander. Die restlichen kommen ungesehen aus dem Spiel. Die brauchen wir nicht mehr. So, jetzt kriegen die Spieler ihr Material. Das ist natürlich recht spannend. Jeder Spieler hat ein U-Boot vor sich liegen. Das U-Boot besteht immer aus fünf Teilen und die lassen sich immer in drei Stufen erweitern, also upgraden. Jetzt habe ich mal für den einen Spieler noch die Teile da gelassen. Für den anderen Spieler habe ich sie schon aus dem Blickfeld geräumt, ansonsten wird sie etwas unübersichtlich. Und zwar ist es so, dass natürlich jedes U-Boot hier mit einem Antrieb anfängt. Und zwar, es fängt jedes U-Boot immer mit der Einsergröße an. Es gibt also die Einsergröße von jedem Teil, die Zweier- und die Dreiergröße. Das gibt es eben hier von jedem Teil. Und am Anfang besteht das U-Boot einfach aus lauter Einserteilen. Das heißt, wir brauchen erst den Antrieb. Das stecken wir hier dran an diesen Treibstofftank. Dann kommt die Mitte. Das ist das Aquarium. Das gibt an, wie viele Tiere wir mitnehmen können. Dann das hier vorne. Da kommen die Taucher rein. Und hier oben drauf kommt der Navigator. Der zeigt uns an, wie viele Karten wir bekommen. So sieht ein U-Boot der Stufe eins jetzt aus. Da kommt hier vorne noch ein Taucher rein. Und hier hinten noch einmal Treibstoff. Und auch die restlichen Treibstoff- und Tauchermarker lege ich jetzt mal aus dem Sichtfeld. Die hole ich dann dazu, falls wir sie im Laufe des Spiels nochmal brauchen. Und die Spieler legen sich noch diese Karte vor sich hin. Das ist die, wo die Auswertung nach der ersten und zweiten Runde drauf ist. Auf der Rückseite die Auswertung nach der dritten Runde. Das lege ich mal zu mir hin. Das Schiff schiebe ich dann wieder ein bisschen hoch zu mir. Also wie gesagt, das sieht so aus. Ich zeige es euch mal schnell. So sieht das komplette Schiff dann aus. Antrieb gibt einfach Siegpunkte. Hier gibt es dann in der Erweiterung eben mehr von diesen Tankplättchen. Man kann mehr Karten nehmen. Da gibt es in der Erweiterung größere Aquarien, wo ich eben mehr Tiere werten darf. Hier oben gibt es mehr von diesen Aussichtsrohren. Pro Aussichtsrohr kriege ich eine Karte, wo ich dann eben mit spielen kann. Und hier vorne gibt es dann noch diese Taucher. Und je mehr Taucher ich habe, desto mehr Schatztruhen kann ich dann besetzen, für die ich am Ende des Spiels eben Beuteplättchen aus dem blauen Sack kriege. So, das war schon wieder viel zu viel Erklärung. Wir bauen ja hier erst noch auf. Also das lege ich mal zu mir hin. Das gleiche macht auch unser anderer Spieler hier. Auch der baut sein Schiff zusammen. Da ist Antrieb. Dann das, wo der Treibstoff drauf kommt. Als nächstes das Aquarium. Als nächstes dann hier oben die Kanzel. Und hier vorne noch das Teil für unseren Taucher. Ja, auch diese Sachen lege ich momentan noch außerhalb des Sichtfeldes. Wenn wir sie brauchen, hole ich sie wieder rein. Und auch die restlichen Teile, also diese Aufwertungsteile, lege ich jetzt mal ein bisschen zur Seite. Die brauchen wir dann erst, wenn wir mal in der Aufwertung fahren. Wie gesagt, ich tue jetzt einfach mal ein bisschen hier seitlich hin. So. Unter seinem U-Boot braucht jeder Spieler ein bisschen Platz, denn hier muss er seinen Ozean aufbauen. Ich tue jetzt auch mal hier die Krakenplättchen hier oben hin. So machen wir das mal. Und das geht folgendermaßen. Wir nehmen jetzt diesen Kartenstapel und sortieren die nach den Einserkarten, nach den Zweierkarten, nach den Dreierkarten. Mischen da jeden Stapel nochmal gut durch. Und jeder Stapel steht für eine Runde, die man eben spielt. Für die Dreierrunde, für die Zweierrunde und für die Einserrunde. Jede Runde hat fünf Durchgänge. Und dafür sind diese Karten dann eben da. Die legt man dann mal so in den einzelnen Stapel noch auf den Tisch. Und dann kann es auch schon losgehen. In Ozeanus bist du der Käpt'n eines Forschungs-U-Boot, mit dem du die Tiefen des Ozeans erkunden wirst. Sammle verblüffende Tierarten, entdecke die größten Korallenriffe und raffe vergessene Schätze mit Hilfe deiner Taucher. Vergiss nicht ständig, dein U-Boot zu verbessern, wenn du all deine Entdeckungen sicher an Land bringen möchtest. Besonders wichtig, hüte dich vor dem Fluch des Kraken. Das Spiel funktioniert jetzt folgendermaßen. Wir spielen jetzt hier ein Zweispielerspiel und da sind die Regeln mit der Kartenvergabe leider ein bisschen anders geregelt wie bei einem Drei- und Vierspielerspiel. In einem Drei- und Vierspielerspiel gibt es einen Forschungsleiter, der Karten an die anderen Spieler alle austeilt. Die anderen Spieler suchen sich dann jeweils immer eine Karte raus und geben die restlichen Karten dann zurück an den Forschungsleiter. Und während die anderen Spieler dann ihre Karten rauslegen, legt der Forschungsleiter dann von diesen zurückgekommenen Karten selber eben auch dann eine raus, die er spielen möchte. Im Spiel zu zweit gibt es keinen Forschungsleiter. Da kriegt einfach jeder Spieler entsprechend Karten und kann mit denen handeln und kann dann die entweder ablegen oder weitergeben. Es erinnert sich also nicht so viel. Es geht rein um diese Kartenverteilung. Und im Zweispielerspiel ist es so, dass jeder Spieler jetzt so viele Karten bekommt, wie er eben Aussichtsrohre an seinem U-Boot dran hat. Also eine plus eine Karte extra. Das heißt, jeder Spieler kriegt jetzt zwei Karten, die er zu sich hinlegt und sich anschaut. Das heißt, ich spiele mit offenen Karten. Normalerweise bitte verdeckt lassen. Und jetzt kann man sich die Karten anschauen, was da so drauf ist. Und jetzt muss sich jeder Spieler entscheiden, welche Karte er behalten und ausspielen möchte und welche Karte er entweder abwerfen möchte oder eben an den anderen Spieler weitergeben möchte. Weitergeben möchte man meistens nur Karten, die nicht ganz so gut sind. Und dazu muss man natürlich wissen, um was geht es denn hier? Was muss ich denn hier alles sammeln? Dazu schauen wir uns nochmal ein U-Boot an. Und was bringt mir denn hier was auf diesem U-Boot? Das U-Boot besteht aus fünf Teilen. Wie gesagt, der Antrieb. Da gibt es dann weitere Stufen. Die bringen einfach Siegpunkte. Das heißt, der Antrieb auf Stufe 2 bringt einfach zwei Siegpunkte und der Antrieb auf Stufe 3 bringt einfach fünf Siegpunkte. Das kommt einfach hinten dran. Das ist das U-Boot hier drüben natürlich und bringt einfach entsprechend Siegpunkte. Das hier mit diesem Tank. Das bringt mir einfach mehr von diesen Tanks und das erlaubt mir einfach in einer Runde mehrere Karten rauszuspielen. Normal darf ich nur eine rauslegen und wenn ich eben diese Tanks einsetze, darf ich eben auch mal zwei rauslegen. Und wenn ich eben mehr Tanks noch habe, dann darf ich halt öfters in einem Durchgang mehrere Karten rauslegen. Das sind also diese Tanks. Die sind nicht ganz unwichtig. Dann gibt es hier dieses Aquarium. Auch da gibt es noch zwei weitere Stufen. Und hier geht es einfach darum, dass ich am Anfang nur die Wertung kriege für drei verschiedene Fische, die ich vor mir liegen habe in der Wertungsphase. Dann mit dem Update kann ich fünf Fische werten oder im Höchstfall eben acht Fische. Wichtig ist hierbei, es müssen immer verschiedene Fische sein. Wenn hier gleiche Fische drauf sind, zählt es nur einmal. Aber entsprechend, wenn ich halt viele Fische jetzt hier in meinem Meer sammle und kann nur drei werten, ist es halt schade, wenn ich hier Potenzial vergebe. Dann gibt es hier vorne diesen Taucher. Auch den kann ich dann aufwerten auf zwei oder drei so Taucher-Luken. Die lege ich einmal im Spiel, wenn ich es gelegt habe, ist er weg. Wann ich ihn lege, das bleibt mir überlassen. Und den lege ich immer auf eine Karte, wo eine Schatztruhe drauf ist. Es ist dann später in der Entwertung so, vorher bringen die gar nichts, dass der Taucher dann von unten aufsteigt. Denn wir bauen in jeder Runde eine Reihe an Karten. Das heißt, in der ersten Runde bauen wir hier oben Kartenreihe, dann in der Mitte eine Kartenreihe und in der dritten Runde ganz unten eine Kartenreihe. Und wenn ich jetzt den Taucher zum Beispiel auf einer Schatztruhe ganz unten habe, dann steigt der am Ende des Spiels auf und wenn zwischendrin dann auch nochmal eine Schatztruhe auftaucht, dann nimmt er die mit. Bin ich natürlich gleich in der ersten Stufe, also auf dem obersten Teil unseres Ozeans auf der Truhe und weiter unten kommt nochmal eine. Pech gehabt, denn der Taucher steigt nicht nach unten, sondern nach oben. Das heißt, wenn er darunter noch was wäre und ich habe ihn hier schon hingelegt, nehme ich halt diese eine Beute, aber dann tauche ich auf und das war's. Ja, dann gibt es hier oben noch diesen Ausguck und den gibt es auch noch in zwei weiteren Stufen natürlich mit einfach mehr von diesen Aussichtsrohren und pro Rohr kriege ich ja eine Karte, aus der ich dann aussuchen darf und eben in der höchsten Stufe kriege ich dann eben drei Karten plus eine, also eine gibt es immer mehr, also vier Karten, aus die ich dann aussuchen darf, was ich gerne in mein Ozean einbauen möchte. Das sind die Sachen, die ich hier mit der Zeit an mein U-Boot anbauen kann und was sie eben bringen. Punkte gibt es eben in der Wertung für die verschiedenen Fische mit diesem Aquarium, zwei Punkte pro unterschiedlichen Fisch, den ich drin habe, dann gibt es eben Punkte für den Antrieb, habe ich dann eine 0, eine 2 oder eine 5 angebaut und dann gibt es aber auch noch Minuspunkte für den Kraken. Und der Krake, da ist wichtig, dieses Krakenauge, was hier drauf ist. Der Spieler, der nämlich bei der Wertung dann am meisten von diesen Krakenaugen hat, der muss dann in der ersten Runde hier das erste Plättchen nehmen, umdrehen und die Minuspunkte, die da drauf sind, von seinen Punkten, die er gemacht hat, abziehen. In der zweiten Runde ist es dann eben der zweitgrößte und in der dritten Runde der große Krake gibt es einen Gleichstand an Krakenaugen zwischen den Spielern. So verlieren alle Spieler, die gleich hoch viele Krakenaugen haben, entsprechend die Punkte. Jetzt haben wir eigentlich schon fast alle Aktionen erklärt. Es gibt noch eine weitere und das ist diese Station hier. Die ist ganz wichtig, denn mit dieser Station kann ich dann Sachen aufwerten. Wie funktioniert das? Das geht folgendermaßen. Es gibt zwei verschiedene Farben an Edelsteinen. Es gibt grüne, es gibt gelbe Edelsteine und es gibt auch Karten, an denen ist noch so ein Symbol dran. Ich suche einfach kurz eine raus. Hier habe ich schon eine. Da ist diese Station dran. Habe ich jetzt zum Beispiel in meinem Meer diese Auslage und kriege diese Karte zum Anlegen und lege die hier dran. Dann darf ich jetzt alle Kristalle, die links von dieser Station sind, zum Aufwerten nutzen. Im Höchstfall sind es aber nur zwei, die ich brauche, müssen aber dann zwei verschiedenfarbige sein. Habe ich jetzt nur einen Kristall, entweder einen gelben oder einen grünen, die Farbe ist dabei eben egal, dann darf ich irgendein Schiffsteil von Stufe 1 auf Stufe 2 aufwerten. Habe ich vor meiner Station einen grünen und einen gelben, also zwei unterschiedliche Kristalle. So darf ich einen Schiffsteil von 2 auf 3 aufwerten. Sobald ich das genutzt habe zum Aufwerten, sind die Kristalle wertlos und ich muss wieder neue Kristalle anlegen mit einer neuen Station, um das wieder zu nutzen. Das muss man sich immer gut merken, was man hier schon benutzt hat zur Aufwertung, aber meistens nutzt man auch genau das, was eben möglich ist, entweder von 1 auf 2 oder von 2 auf 3. Das lässt man ja nicht gerne verfallen. Ja, das sind also die Sachen, die es hier gibt. Die Sache mit dem Taucher und den Schatztruhen, die Punkte gibt es eben erst ganz am Schluss nach der dritten Runde, deswegen gibt es hier auch nochmal eine extra Rückseite von diesem Kärtchen, da ist dann nochmal drauf, die Schatztruhe und dieses Korallenriff. Ha, das haben wir nämlich auch noch. Ein Korallenriff, das sind Karten, auf denen sind hier oben so Korallen drauf. Und hier geht es einfach darum, auch am Ende des Spiels zu werten, wer hat das größte zusammenhängende Korallenriff, also egal wer es hat, jeder kriegt seine Punkte, aber der mit dem größten Riff kriegt natürlich am meisten Punkte, weil es einfach viel wert ist. Jede Karte, die waagerecht oder senkrecht an diesem Korallenriff angrenzt, da ist jede Koralle einfach einen Punkt wert. Also hätte ich das jetzt zum Beispiel so, dann wäre das größte Korallenriff natürlich hier das mit den vier Korallen und würde mir vier Punkte bringen, die eine Koralle würde dann eben wegfallen. Also die Korallen müssen kartenmäßig, waagerecht oder senkrecht aneinanderhängen, um am Ende des Spiels nochmal Punkte zu bringen. So, das war jetzt einfach mal in Kurzform alles erklärt, was es zu diesem Spiel zu wissen gibt. Und damit wir das jetzt einfach nochmal im Detail besprechen können, werden wir einfach mal ein paar Züge hier spielen. Wir fangen also nochmal von vorne an. Jeder Spieler hat sein U-Boot auf Stufe 1, jeder hat ein Treibstoffplättchen, einen Taucher und wir fangen jetzt an, indem jeder Spieler im Zweispielerspiel einfach für jeden Ausguck, den er hat, eine Karte kriegt immer plus 1. Also jeder Spieler hat jetzt momentan zwei Karten und die schaut sich jeder Spieler jetzt im Geheimen auf seiner Hand an. Ich decke sie euch auf. Und jetzt überlegt sich jeder Spieler, was möchte ich denn vor mir auslegen. Jetzt sagt er sich, okay, hier ist jetzt eine Station drauf, die bringt mir noch nichts, weil ich noch keine Edelsteine in der Reihe habe, aber einfach mal hier ein Tier, was ich noch nicht habe, das würde ich natürlich gerne nutzen. Und er hier drüben sagt sich, okay, hier ist auch kein Minuspunkt drauf, also kein Krakenauge. Hier könnte ich einen Korallenriff anfangen und schon mal einen grünen Kristall hier sammeln für eine mögliche Station und dabei noch ein Tier drauf. Ach, das sind auch zwei gute Karten, so ein Mist. Hier drüben sagt es zum Beispiel, ich würde ganz gerne die hier ausspielen, leg die verdeckt vor sich hin. Und er sagt, okay, ich möchte die hier ausspielen, leg die auch verdeckt vor sich hin und dann decken beide hier auf und legen ihre Karte jetzt entsprechend an. Das heißt, einfach mal hier mehr so links lastig unter das U-Boot legen und das ist momentan das, was jeder Spieler hat. Jetzt sagt er hier drüben aber, ach, ich möchte jetzt auch meine zweite Karte hier spielen, leg die offen auf den Tisch, leg die hier dran und dafür muss ich eben jetzt beim Treibstoffplättchen hergeben und lege das hier mit drauf. Treibstoffplättchen kriege ich am Ende eines Durchgangs, also wenn jetzt fünf Karten gespielt wurden, wieder zurück. Er hier drüben sagt, nö, ich bin fertig und ich könnte jetzt entweder diese Karte an meinen Mitspieler weitergeben oder sagen, ich werfe eine Karte aus meiner Hand ab. Also eine kann ich wegwerfen, habe ich mehr wie eine, muss ich sie meinem Mitspieler geben und dann vielleicht Karten wegwerfen, die keine Krakenaugen haben und Krakenaugen vielleicht an den Mitspieler weitergeben. Die Karten, die man nicht nimmt, legt man hier drunter und dann wird der zweite Durchgang gespielt. Die Durchgänge kann man dadurch ganz gut erkennen an Karten, die vor den Spielern liegen, die keinen Treibstoffmarker haben. Also hier sehe ich, ich habe eine Runde erst gespielt, weil hier erst eine Karte liegt. Jeder Spieler bekommt wieder zwei Karten auf die Hand, schaut sich die wieder genau an. Wie gesagt, später hat man öfters dann schon Karten auf der Hand, die man mit einem Mitspieler bekommen hat und dann kriegt man eben entsprechend weniger Karten, denn man darf nie mehr Karten haben, wie man eben aus Gucke hat, plus eins. So, jetzt schauen wir uns das an. Er sagt sich, okay, da wäre jetzt ein neues Tier drauf, aber auch ein Krakenauge. Hier drüben schaut sich an und sagt, okay, da ist auch ein neues Tier drauf, hier wäre noch ein Kristall drauf, aber ich brauche jetzt erstmal eigentlich Tiere, also nehme ich jetzt diese Karte, lege sie in die Mitte. Er sagt, ich baue jetzt mal das Korallenriff auf, nehme diese Karte, beide decken das auf, legen das hier an ihr Meer an. Er legt das hier an. So, und er hat jetzt die Möglichkeit zu sagen, ich lege auf diese Kiste jetzt hier meinen Taucher drauf, um am Schluss ein Beuteplättchen zu kriegen. Oder ich warte ab, bis es weiter in den Ozean hineingeht und hoffe, dass ich weiter unten auch nochmal genau in diese Spalte eine Truhe rein kriege, dass ich im Aufstieg die hier oben mitnehmen kann. Deswegen behalte ich jetzt meinen Taucher bei mir. Ich sage jetzt, okay, ich würde aber auch noch gerne meine zweite Karte hier jetzt einfach anlegen und nutze dazu jetzt hier meinen Treibstoff, weil jetzt habe ich schon drei verschiedene Tiere, die gewertet werden. Mehr wie drei werden aber auch nicht gewertet, weil mein Schiff eben momentan nur ein Aquarium von drei hat. Das heißt, jetzt bin ich schon beim Höchststand der Tiere und hoffe, dass ich vielleicht irgendwie noch ein Upgrade machen kann, dass ich vielleicht noch mehr Tiere sammeln kann in der Runde. Es liegen ja erst zwei Karten aus, weil die Treibstoffkarte ja nicht wirklich zählt und es kommen noch drei Karten also dazu in der Runde. Gut, er sagt, die Karte, die schiebe ich zu meinem Mitspieler da drüben weiter und die nächste Runde beginnt. Er kriegt zwei Karten, er kriegt nur noch eine Karte, weil er von seinem Mitspieler schon eine geerbt hat. Deckt sich die beiden jetzt auf, schaut sich die an. Auch er deckt sich die beiden auf, schaut sich die an. Und jetzt sagt er hier drüben natürlich, super, ich nehme die her. Ist zwar ein Krakenauge drauf, ist mir aber jetzt egal, denn ich möchte eine Stationswertung machen, um ein Schiffsteil abzudaten. Und er hier drüben sagt, gut, ich nehme das hier, weil ich kann immer noch nichts updaten. Ich habe noch keinen Kristall drin, mit der Karte kriege ich mal einen Kristall. Möchte ich also das hier spielen. Die Spieler decken ihre Karten auf, legen sie entsprechend an. Ich lege die hier dran und ich lege die jetzt da dran. Und dadurch habe ich jetzt links von mir Kristalle liegen. Ich könnte also sogar eine Aufwertung von einem Zweierteil auf einem Dreierteil machen. Ich habe noch gar keinen Zweierteil, deswegen nutze ich jetzt nur einen Kristall und werte jetzt zum Beispiel eben hier mein Aquarium auf. Denn ich habe jetzt hier schon das vierte Tier und das will ich ja nicht unbedingt, dass das wertungslos bleibt. Deswegen mache ich das jetzt hier auseinander. Das sitzt ein bisschen streng am Anfang noch. Ich mache das Dreier-Aquarium hier weg, nehme mir mein Fünfer-Aquarium und lege das entsprechend hier rein. Und jetzt darf ich schon fünf Tiere werten. Und vier habe ich ja schon da liegen. So, den Rest stecke ich hier wieder drauf. Und somit habe ich mein Update von meinem Schiff gemacht. Dann bleibt jedem Spieler noch diese Karte übrig. Da sagen die Spieler einfach, ja, die schmeißen wir jetzt einfach weg. Jeder schmeißt eine Karte weg. Mehr darf ich eh nicht wegschmeißen. Und zwei Karten hier. Zwei Karten hier. Die nächste Runde. Wir decken das Ganze auf. So, er hat jetzt lauter Krakenaugen. Das gefällt ihm jetzt nicht so gut. Er hier drüben hat jetzt wieder ein Kristall. Das gefällt ihm schon besser. Oder einfach hier nochmal eine Krabbe. Dann hätte er sein fünftes Tier auch noch. Das wäre dann eine richtig schöne Wertung. Er sagt, ich will das hier haben. Er sagt, Mist, dann nehme ich halt mal das hier. Ist ja egal. Und decken beide auf. Ich lege das hier dran. Vielleicht kriege ich ja irgendwann mein Korallenriff hier zusammen. Glaube ich zwar eher nicht, aber gut. Und ich lege das hier dran. Die Karten hier kommen weg. Also beide sagen, nee, ich gebe nichts weiter. Oder er sagt, ich gebe weiter, weil da ist ein Krakenauge drauf. Und er hier drüben sagt, nee, ich lege die weg. Dann haben wir jetzt eins, zwei, drei, vier Karten ohne Treibstoff ausliegen. Das ist eine Runde. Haben wir noch. Er kriegt zwei. Er kriegt eine. Ich decke hier auf. Und er deckt hier auch auf. Und jetzt schauen wir nochmal. Ein noch weiteres Tier brauche ich eigentlich nicht. Wichtig zu wissen ist, es kommt ganz am Ende jetzt, nach der fünften Karte, diese Karte seitlich dran. Und auf dieser Karte ist nochmal eine Upgrade-Station drauf. Das heißt auch, wenn ich jetzt nochmal ein Kristall hier hinlege, dann kommt dieses hier dran und dann habe ich nochmal in der Runde ein Upgrade. Das ist ganz wichtig zu wissen. Und deswegen ist es auch sinnvoll, dass der Spieler jetzt sagt, gut, ich nehme jetzt diese Karte, die will ich gerne spielen, weil dann kann ich noch ein Upgrade fahren. Und er hier drüben sagt, ja, dann mache ich jetzt folgendes. Ich mache das Upgrade gleich, weil es ist ja wurscht. Ich habe schon eins, zwei, drei Tiere. Mehr kann ich nicht werten. Dann fahre ich dieses Update jetzt einfach gleich. Jetzt geht mir langsam der Platz aus. So lege ich das da hin. Lege ich natürlich erstmal da hin. Dann wird wieder aufgedeckt. Ich will das, ich will das. Jeder legt das zu sich hin. Und er hier drüben sagt jetzt, ich setze jetzt einfach meinen Taucher mal hier auf die Schatztruhe. Ich muss den Taucher sofort, wenn die Karte aufgedeckt wird, auch setzen. Später geht nicht mehr. Entweder gleich drauf oder eben nicht. Und er hier drüben sagt, ich habe jetzt hier diese Wertung, diese Upgrade-Wertung. Und ich würde ganz gerne, ich habe jetzt eins, zwei, drei Tiere drauf. Na gut, das bringt mir jetzt nicht viel. Aber ich hätte einfach gerne schon mal zwei Siegpunkte immer. Das heißt, ich tue meinen Antrieb jetzt weg und stecke hier den Zweierantrieb dran, der mir immer zwei Siegpunkte jetzt bringt in der Wertung, die gleich stattfindet. Gut, die Karten kommen in der letzten Runde. Also wenn es fünf Karten liegen, dann kommen die eben weg. Und man weiß, die Runde ist vorbei. Also fünf Karten müssen ausliegen ohne der Treibstoffkarten. Die muss man immer sich wegdenken. Ja, und dann ist diese Runde vorbei und jetzt käme einfach diese Karte hier hinten dran. In dem Fall würde keine Wertung stattfinden, weil ich ja gerade eine gemacht habe. Also Wertung schon, aber keine Stationaufbau. Er hier könnte die hier dranlegen und das würde nochmal einen Stationsupgrade auslösen, weil hier nochmal ein grüner Kristall liegt. Und auch er sagt jetzt einfach, gut, ich würde ganz gerne hier hinten meinen Antrieb auf einen Zweierantrieb updaten, damit ich schon mal dafür Punkte bekomme. Ja, und diese Punkte für diese Runde trägt man jetzt in diesen Block ein. Oben schreibt man den Spieler Namen drauf. Das sind die Punkte der ersten Runde, der zweiten Runde, der dritten Runde. Die Punkte, die es am Ende noch für die Korallenriffs gibt. Und die Punkte, die es am Ende noch für die Schatztruhen gibt. So, und jetzt würde man einfach reinschreiben, entsprechend die Punkte, die die Spieler jetzt hier machen. Fangen wir mit dem Spieler hier drüben mal an. Der kriegt zwei Punkte für seinen Antrieb. Und er kriegt jetzt eins, zwei, drei verschiedene Fische hat er. Sein Aquarium erlaubt drei, also kriegt er sechs Punkte, steht hier unten noch drauf. Sechs Punkte max. Sechs Punkte plus zwei Punkte hätte er jetzt in dieser Runde acht Punkte gemacht. Die würde man hier reinschreiben. Er hier drüben kriegt auch diese zwei Punkte für sein Update auf dem Antrieb. Und er hat aber fünf verschiedene Fische, die er haben darf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Die habe ich sogar genau. Und dafür kriege ich zehn Punkte. Zehn plus zwei sind zwölf Punkte. Also hat der Spieler schon mal vier Punkte mehr gemacht, wie unser Spieler hier drüben. Doch leider bleibt es bei den Punkten nicht, denn wir haben ja noch unseren Kraken. Und jetzt müssen wir gucken. Er hat ein Krakenauge drauf. Er hat zwei Krakenaugen drauf. Das heißt, er hier drüben muss also leider Punkte abgeben. Und dann schauen wir mal, wie viele. Zwei Punkte muss er leider abgeben, weil er die meisten Krakenaugen drauf hat. Und somit hat er nicht zwölf Punkte, sondern nur noch zehn Punkte. Das heißt, der Abstand ist nur noch zwei Punkte. Ja, der Marker kommt dann raus und im nächsten Bereich kommt dann eben der zweitgrößte Marker zum Tragen. Und wir spielen jetzt einfach die zweite Runde und die spielt man einfach mit dem Zweierstapel. Und da legt man die Karten einfach dann hier unten dran und die Dreierkarten dann nochmal darunter. Und dann folgt eben die Schlusswertung. Bevor ich euch die Schlusswertung erkläre, noch ganz kurz was zum Thema Treibstoff und Taucher. Sobald die Wertung abgeschlossen ist einer Runde, sieht man hier unten noch, kriegt man seine Treibstoffmarker alle wieder zurück. Das heißt, man darf dann hier wieder den Treibstoff einfüllen. Seine Taucher, die man vielleicht auf Truhen schon gelegt hat, kriegt man nicht mehr zurück bis zum Ende des Spiels. Da, wo die liegen, liegen sie und gut ist. Jetzt noch ganz kurz zum Thema Upgrade. Während eines Spiels, also während ein Durchgang noch läuft, kriege ich während eines Durchgangs, der noch läuft, hier vorne ein Upgrade und einen Taucher dazu oder hier ein Upgrade und einen Treibstoff dazu. Dann darf ich den in diesem Durchgang noch benutzen, aber nicht in der Runde, wo ich ihn gerade bekommen habe, sondern erst ab der nächsten, also nicht Runde, sondern Durchgang. Also die Karten, die ich gerade bei mir liegen habe, darf ich nicht in der gleichen Runde, wie ich das Upgrade hier gemacht habe, behalten und zusätzlich anlegen, sondern erst neue Karten, die ich im nächsten Durchgang hier bekomme. Da darf ich dann eben auch einen gerade noch bekommenen Treibstoff drauflegen. Das gleiche beim Taucher, auch den darf ich dann auf der nächsten Karte, die ich auflege und behalte, drauflegen. Nicht auf die Karte, die ich in der Runde gelegt habe, in der ich gerade das Upgrade hier gemacht habe. In der Runde darf ich es nicht drauflegen. Gut, das sind noch die beiden Regeln zu diesem Thema. Jetzt schauen wir uns die Schlusswertung kurz mal an. Die läuft erstmal genauso, wie auch die anderen Wertungen die ganze Zeit. Das heißt, auch in der Schlusswertung der dritten Runde kriegt man die Punkte für die Fische, je nach Aquarium, je das unterschiedliche Tier, eben zwei Punkte wert. Für den Antrieb kriegt man die entsprechenden Punkte. Die Minuspunkte für den Spieler, der die meisten Krakenaugen hat, bleibt auch alles gleich. Was neu dazu kommt, ist eben die Wertung der größten Korallen und der Schatzkisten. Die größte Koralle wird so gewertet, dass man schaut, wo hängen denn die meisten Karten waagerecht und senkrecht zusammen, die eine Koralle zeigen. Hier hätten wir jetzt drei Stück, die zusammenhängen würden, wären drei Punkte, das Ding wäre alleine zwei Punkte. Aber hier habe ich eine mit eins, zwei, drei, vier, fünf Punkten, die schön zusammenhängen. Das heißt, diese fünf Punkte würde ich für das größte Korallenriff in meinem Meer bekommen. Und dann eben die Schatzkisten. Hier ist mein Taucher, ich habe nur einen gelegt, der ist hier unten auf der Truhe und der steigt auf. Und wenn er aufsteigt, nimmt er auch die Truhe hier auf dem Weg nach oben mit. Das heißt, auf dem Weg nach oben habe ich jetzt zwei Truhen, die ich aufmache. Und da nehme ich einfach hier zwei zufällige Plättchen aus diesem Stoffsäckchen. Und das sind einfach nochmal Punkte, die ich sozusagen in den Truhen gefunden habe, die ich auch nochmal dazu zähle. Und dann zählt man eben die Punkte aller drei Runden zusammen, plus die Korallenpunkte, plus die Schatztruhenpunkte. Und dann weiß man, wer das Spiel gewonnen hat. Das war sie, meine Spielevorstellung von Oceanos aus dem Iello Verlag im Vertrieb von Huch & Friends. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Brettspielvideo wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Servus, macht's das gut. Euer Michael. Servus, macht's das Video gefallen.